Jetzt Bauer Call. Hallo Freunde, hier ist wieder euer Bauer Call. Wir sind ja schon wieder so dicht am Feiertag. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, da haben wir uns ja aufgeregt über den 1. Mai. Und nun, nun sind wir so dicht am Vatertag. Vatertag, Himmelfahrt. Ich meine, das ist eigentlich nicht schlimm. Gefährlich ist nur, jetzt ist ja der Muttertag so dicht dran. Hallo, das wird für die meisten ja ein absolutes Problem werden. Da kriegt er die Blumen und sie kriegt den Schnaps. Kennt ihr das nicht? Wenn ihr mit den anderen Männern aus dem Dorf losgefahren seid und ordentlich eingetrunken habt mit dem Fahrrad, da wurden ja sogar die Hunde an der Kette geküsst. So war man verliebt in alle. Aber jetzt, jetzt wird es richtig gefährlich. Mutter- und Vatertag, so dicht beieinander. Und wisst ihr, worauf das hinausläuft? Auf einen ganz besonderen Kindertag. Wenn Mutter und Vater zusammen feiern, dann gibt es nur eins. Kinder, Kinder, Kinder. Und deshalb ist der ja auch eingeführt. Der Kindertag ist ja auch überhaupt kein Problem. Ist ja völlig in Ordnung. Und übrigens, das mit der Vergreisung der Gesellschaft ist sowieso Quatsch. Nee, wir sind nur im Moment vergreist. Und danach, wenn die dann weg sind, also ich beispielsweise, sind wir alle für Jünger. Bis dahin. Schönen Vatertag, schönen Muttertag. Und hau rin und piech nicht in. Das sei denn, du brauchst das für die Pflegestufe. Tschüss. Das war unser Held vom Felsch. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.